Und ein intimer Kenner dieser Burschenschafter-Szene in Österreich ist Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Und ihn begrüße ich jetzt von mir im Studio. Schönen guten Abend, Herr Weidinger. Guten Abend. Jetzt sind alle ganz entsetzt. Wie überrascht sind eigentlich Sie, ob diese antisemitischen, rassistischen Texte in diesem Liederbuch, in dieser Burschenschaft? Naja, ich dachte eigentlich, dass ich nach Jahren der Beschäftigung mit den Burschenschaften, durchaus auch mit internen Dokumenten, eine relativ gute Einschätzung davon hätte, was da zu erwarten ist und was nicht. Und war dann durchaus schockiert zu sehen, dass sich die Realität offenbar manchmal näher am Klischee bewegt. Das ist noch über der roten Linie mehr drüber als so manche andere? Ja, absolut. Also mir sind schon derartige Schmähtexte bekannt, aber das ist halt Jahrzehnte her, dass die verfasst wurden. Das Liederbuch wurde das letzte Mal 1997 aufgelegt. Auch das überrascht viele, ist noch nicht so lange her. Das Strafdelikt der Wiederbetätigung verjährt sich allerdings schon nach zehn Jahren. Ist das ein Problem? Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die gesetzlichen Vorkehrungen gegen den Neonazismus in Österreich in ihrer gegenwärtigen Form ausreichend sind. Wichtig ist natürlich, dass sie euch angewendet werden. In einem Fall wie dem vorliegenden wäre natürlich wichtig, dass es hier auch keine entsprechende Aufmerksamkeit der Behörden gibt, damit solche Dinge eben bekannt werden, noch bevor sie verjähren. Wie glaubwürdig ist es für Sie, dass weder Udo Lampauer noch irgendwer in dieser Burschenschaft angeblich außer diesem einen, dem jetzt alles umgehängt wird, davon was wussten von diesen Texten? Es gibt eine Reihe von Dingen, die ich für zumindest sehr unplausibel halte. Also das ist eins davon. Burschenschaften sind im Allgemeinen sehr stolz darauf, dass die inneren Abläufe demokratisch sind. Das ist sehr schwer vorstellbar, dass ein Projekt dieser Größenordnung, also sowohl finanziell als auch vom identitätsstiftenden Charakter her, wie ein offizielles Liederbuch in der Verantwortung einer einzigen Person liegen sollte. Ebenfalls noch nicht verstanden habe ich persönlich, was zwischen 1997 und dem Eintritt von einem Landbauer wenige Jahre später dort passiert ist. Dass also ohne Verbindung die 1997 noch NS-Verherrlichung betreibt, dass Landbauer dort bei seinem Eintritt dann nur noch aufrechte Antirassisten vorfindet. Ja, entweder lügt er oder ist eben der Meinung, dass die Hymne auf die NS-Fallschirmjäger nichts Verwerfliches ist. Machen wir mal diese Liederbücher zu, das ist der Mittel der CDU-Staatsanwaltschaft. Diese Burschenschaft Germania, ist das ein Spezialfall? Sind die schon öfter aufgefallen oder ist es das Gedankengut allgemein verbreitet in diesen Burschenschaften, auch noch 2017? Die Germania war für uns bislang nicht besonders auffällig. Es ist auch so, dass wir generell die akademischen Burschenschaften stärker im Blick haben. Das liegt auch daran, dass die etwas sichtbarer sind, eben schon dadurch, dass sie in den Städten angesiedelt sind. Was da in der Provinz passiert, bei eben Verbindungen in kleineren Städten, das läuft tatsächlich oft unter dem Radar. Haben wir ein Problem in Österreich? Haben wir da sehr viele rechtsextreme Burschenschaften? Angeblich haben die gerade in den letzten Jahren sich massiv radikalisiert sehr viele. Stimmt das? Ich sehe eigentlich keinen besonderen Radikalisierungsschub, gerade in den letzten Jahren. Also ich glaube, die Probleme, die wir da sehen, sind chronische, weisen weit in die Vergangenheit zurück, ins 19. Jahrhundert. Aber eben auch auf die spezifische Art der Aufarbeitung oder eben Nicht-Aufarbeitung der NS-Erfahrung durch die Burschenschaften in Österreich. Und was man jedenfalls festhalten kann, ist, dass die Burschenschaften in Österreich im Durchschnitt jedenfalls deutlich rechts von denen in Deutschland stehen. Morgens der Akademikerball. Werden da viele von diesen ganz Argen dabei sein? Naja, der Akademikerball zieht so ziemlich alles an, was es im völkischen Verbindungswesen gibt. In Österreich, in Deutschland, also da wird durchaus auch eine gewisse ideologische Bandbreite repräsentiert sein. Aber man kann davon ausgehen, dass eben Leute solche Gesehenen und sich dort auch versammeln. Der Standard schreibt in einem Kommentar, brauner Schleier über der Koalition. Es braucht sich niemand wundern, die Nazi-Affähren der FPÖ belasten die gesamte Regierung. Die FPÖ war immer eine Partei, die von Rechtsextremen umtrieben durchsetzt war. Ist das übertrieben? Die FPÖ hat in ihrer Geschichte durchaus Wandel unterlaufen. Also unter Peter oder unter Steger sich etwas stärker in Richtung eines klassischeren Liberalismus bewegt. Ist definitiv seit 2005, seit der Spaltung mit dem BZÖ, wieder zu ihren völkischen Wurzeln zurückgekehrt. Hat das auch programmatisch im Programm festgehalten mit der Wiederaufnahme des Bekenntnisses zur deutschen Volksgemeinschaft ins Parteiprogramm. Und dieses Personal, das wir da jetzt eben massiert auftreten sehen, auch in den Ministerkabinetten, dieses Personal aus den akademischen Burschenschaften, ist eben auch das Personal, das zur Umsetzung dieses Programms geeignet ist. Wie Christian Strache jetzt auch in diesen Tagen wieder betont hat, die Burschenschaften haben mit der FPÖ nichts zu tun. Ich glaube, die Sendezeit wird nicht reichen, um zu erklären, was daran alles falsch ist. Lassen Sie mich nur sagen, es ist kaum eine Aussage denkbar, die weiter von der Wahrheit entfernt wäre. Die Burschenschaften wären ohne FPÖ seit Jahrzehnten irrelevant. Umgekehrt hat Strache selbst 2006 gesagt, dass die FPÖ ohne diesen Verbindungshintergrund die Spaltung 2005 nicht überlebt hätte. Herr Weidinger, vielen Dank für die Besuche im Studio. Danke schön.